Der Hochschulsport hier an der Leuphana hat ein sehr großes Angebot. Vom Fitnessstudio über Hip-Hop und Karate bis hin zur Sauna ist so gut wie alles möglich. Viele Kurse, wie zum Beispiel Karate, finden immer an festgelegten Terminen statt, die dann natürlich in den eigenen Zeitplan passen müssen. Beim Fitnessstudio ist das nicht so. Da kann ich innerhalb der Öffnungszeiten trainieren, wann und wie ich Lust und Zeit habe. Wie das im Fitnessstudio so abläuft und ob das überhaupt was für mich ist, das gucke ich mir heute beim kostenlosen Probetraining an. Los geht's! Los geht's! Los geht's! Untertitelung des ZDF, 2020 Das Training war total cool. Mir hat besonders viel Spaß gemacht, dass ich bei den Übungen, die ich schon kannte, neue Varianten bekommen habe. Und auch immer erklärt bekommen habe, was die Übung eigentlich bewirkt und wie ich die verändern kann, damit ich einen anderen Effekt erziele. Ich persönlich kann mir sehr gut vorstellen, hier weiter zu trainieren, weil die Stimmung im Studio einfach toll ist. Falls ihr auch neugierig geworden seid, dann guckt doch auf der Seite des Hochschulsports vorbei. Dort findet ihr alle Infos und könnt euch auch für ein kostenloses Probetraining anmelden. Wenn ihr noch Fragen an mich habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und falls ihr auch ein Probetraining macht, wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. 雪in